Oh! Nein, nicht jetzt! Oh, oh! Ich nehm auf! Jetzt raus hier, du Scheißkind! Ö, 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 ö! Jetzt bin ich gestorben wegen dir! Was ist denn mit dir, ey? Geh mal nach Hause! Regt die mich auf! Oh! Ist ja auch kein großes, fettes Schild mit nem Rot vor der Tür, ne? Nee, ist nicht! So schwer ist der echt nicht, der Bowser. Ja, ja! Was? Was denn? Was? Ey, nee, nee! Ey, ganz nein! Ey, nee, nee! Das, das ist nicht mehr fair! Habt ihr euch so gedacht, ne? Ich warte jetzt, bis sie wieder weg sind. Das ist eh, glaub ich, wenn das Wasser, ja, ja, das ist gut, ist. Nein! Alter! Nicht im Ernst! Ey! Wo kommt die denn her? Ahaha! Was? Ahaha! Uuuuuh! Aua! Schwindler ist tot, man! We have to join Bowser! Werd er behindert? Oh! Nein! Da geht's! Da geht man kaputt! Was ist das denn? Was ist mit eurem Leben eigentlich kaputt gegangen? Nein! Spring doch, wenn ich das drücke, du Scheißkind! What the fuck? Dein Leben ist kacke! Oh! Nein! Sauber hab ich geschafft! Da geht es doch weiter! Ich glaub' es nicht! Alter, ich hab doch die Leertasse gedrückt! Nein! Nicht vor der Tür, Alter! Nein! Speedrun! Oder auch nicht! Nein! Warum denn da rein? Was ist denn mit dir? Ey, ich schaff' es nicht! What the fuck? Nein! Alter, du verdammte Scheißkugel, Willi Bulli da! Ich bully die gleich mal gegen die Wand! Ja, ja! Du Scheißkind! Ich hasse dein Leben! Nein! Boah, weht die fuck! Ich kann nicht mehr gehen! Ja! Boah, ich hab' gedacht, ich fall' da an der Seite runter! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ey! Ist klar! Ja, 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 ja! Alter! Nein! Ich krieg' gleich einen Ausraster! What the fuck? Nein! Dieser verdammten fucking fuck, 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 fuck! Fuck! Das habe ich verloren! Mann! Ja! Waaaa! Tschüss! Boah, ey! Ja, wieder alles von neu! Reg mich nicht auf, Junge! Lass mich doch einfach mal vernünftig spielen! Aber nein! Ja, und jetzt krieg' ich auch nur die Atombombe in die Fresse! Mann! Was ist das denn wahr? Glaubt das ja wohl selber nicht! Genau! Sag mir doch doch, wie sollen wir das denn schon wieder machen? Aber die haben aber wieder richtig einen Schaden in dem Spiel! Nein! Du fällst doch nicht! Boah, Junge! Boah, ich glaub' das echt nicht mehr, Leute! Sagst du, wir können da nicht mit hochschwimmen? Mh, bestimmt! Ihr habt doch gelitten, Mann! Boah, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dieser scheiß Gumba! Der maßen auf den Nerv geht! Warum muss der denn da oben stehen? Hast du keine Arbeit, Junge? Hast du keine Arbeit? Spielst du Mario Hartz IV? Was machst du denn da? Ah, WTF! Nein! Das war die Kacke! Lass es doch einfach sein, Mario! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja! Geschafft! Komm schon, sag mir doch, dass ihr... Ja! Ich will weg von dem Castle! Ja! Aber komm, ey, bitte geschafft! Ich hab' keinen Bock mehr! Wenn die Aufnahme jetzt nicht aufgenommen hat, ey, dann raste ich ganz aus! Sauber, wir haben's geschafft, Leute! Wir haben's geschafft! We did it! We did it! Juhu! Also, Leute, bis zum nächsten Mal bei Titelklar! Ciao! Ciao!